so neue aufnahme neuer spawn so was sind wir denn wir müssen da hoch aber zuerst frühstücken wir hier unten wieder alles ab und zwar hier haben wir hier einen hubschrauber wir müssen auf die andere seite wieder einsteigen festhalten leute du fährst das ding besser nicht willst du fahren? geht das überhaupt? 1. Kurve 1. Unfall ich weiß nicht ob das immer so ist also wenn jemand gut fährt 3 für tangos an äh hä? wir hätten jetzt dann doch Waffen oder was? jetzt rein entschuldigung ich muss das markieren für die wir lassen die rebellen wissen wo man den nachschub findet sie können uns später danken der eine rebel ist jetzt gestorben er wurde überfahren was ist denn hier für ein kack warte wir gehen einfach zu fuß hier wir gehen einfach zu fuß hier lang wir gehen einfach zu fuß hier lang so Bien Kamerada Glückwunsch zur Verteidigung der Klinik gegen El Emisarius Männer ich schäme mich nicht zu sagen dass wir es ohne euch nicht geschafft hätten nicht der Rede wert Katari wir setzen es auf die Rechnung ich habe noch eine bitte bevor El Emisarius Männer die Klinik angriffen wollte einer meiner Männer einen Truck mit Impfstoffen in Sicherheit bringen leider wurde er an einem Unidad Kontrollpunkt angehalten und der Truck konfisziert der Impfstoff ist lebenswichtig Gringo der Truck ist jetzt in einer Unidad Basis ich weiß es ist viel verlangt aber offen gesagt kommt sonst niemand dafür in Frage verstanden wir werden sehen was geht ja das machen wir nach dem gestohlenen Ding hier in Position Ich brauche eine bessere Position. Ziel markiert. Shit, ich muss die Position wechseln. Gib Zeichen. Greife an. Bleib zu hoch, der Tango kann ich sehen. So. So. Auf dieser Seite ist alles klar. Auf meiner auch. Gut. Dann. Stehen wir mal den Copter Hidi. Wir sind auf jeden Fall ein großer. Ich mache das, ich fliege. Sind alle da? Ne, aber die spawnen ja nicht hier drin. So. Ah. Hubschrauber stehlen ist sehr, 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 sehr viel leichter als jetzt auf dem Flugzeug. Sehr schön. Helis plündern ist mein Zweitjob. Oha. Ja. Das stimmt. Gut. Ähm. Jetzt sind wir am Arsch der Welt. Ähm. voll. Voll in. Ah, genau. Krankhaus. Das war das Meteor Truck. Die Uni Dutt hat einen Rebellen Truck voller Medikamente konfisziert. Holen Sie ihn für Kataris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. Und jetzt werden wir alle überfahren. Eigentlich nicht. Irgendwo steht doch sicher ein Wagen. Da hinten zum Beispiel. So. Wo fährt der Konvoi eigentlich hin? Ach warte. Der fährt zu mir. Vielleicht fährt er sogar über die Brücke. So. Nur zu Fuß ist so ein Konvoi schlicht zum Aufrufen. Da brauchen wir schon einen Wagen. Was soll ich da sagen? Soll ich es wagen? Ohne Wagen zu... das zu wagen? Oh Gott. Entschuldigung, ich höre auf. Soll ich mal fragen? Wagen. Hmm. das ist ein guter guter konvoi stopper meine länder sind ja auch die haben sicher nichts dagegen ich komme gleich nach alles gut Gut, fahr los! Komm, komm hier rein! Komm rein! Uh, geile Mucke! Ach komm, echt jetzt! Wir haben jetzt noch ein paar Worte! Hör was, die Kamera! 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 Schnell, bevor... Bleib da, ich komm zu dir! Können die mich da retten? Ja, anscheinend. Alter, wie hab ich erdacht? Wie warst du so lange? Hör! Oh, shoot! Okay, Respekt! Warte, wer war das? Du da! Alter, das war... Nicht schlecht! Im Handstand! Aus nem brennenden Auto gerettet! Kurz darauf ist es explodiert! Ach, schön! Das war echt lustig! Okay, jetzt ist er da! Ne, dann lassen wir's! Dann holen wir uns mal schnell den da! Oh, Mann! Ach, das ist ja lustig! So! So! Vorsicht! Unidad-Streife voraus! Der da? Ne! Was siehst du das denn? Warte! Warte, ich fahre! Warte! Ich fahre! Warte! 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 Das war echt lustig! Das war echt lustig! Das war echt lustig! Wie Eis-Tee! Der Rest des grünen Pulfers wird mit Benzin, Kalium und ein paar anderen Chemikalien vermischt und dann erhitzt und ungerührt wie eine chinesische Reispfanne. In noch heißem Zustand wird dann das gute Zeug aus der Mischung in einen Topf gequälzt und mit Backpulver vermischt. Das Zeug erhält dann vor sich hin, bis alle Flüssigkeit verdampft ist. Warte, ich fahre! Setze Drohne ein! Vielleicht können wir... Da ist noch ein Tango! Tango! Entschuldigung, ich fahre eigentlich runter. Da ist noch ein... So, jetzt hat's. Vier Ziele, vier Schüsse. Okay, ich bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Moment, suche eine gute Schusslinie. Da könnt ihr gar keine... Ich sehe das Ziel. Kann loslegen. Eindrickserquenz. Scheiße, der weiß jetzt Bescheid. Jetzt nicht mehr. Alles sauber hier. Okay, ich... Äh, wieviel Meter war das? Äh... Warte mal. Okay, auf so viel... Okay, auf so viel Entfernung, Meter, klar, kann man noch gerade schießen. Wenn's da ist... Muss ich wahrscheinlich... Also ich versuche jetzt... Hier... Warte... Äh... Versuch jetzt mal... Den Pfeil zu... Ne... Ja, einfach hier das dazu treffen. Ich glaube dann... Ah, das war... So... Ein Strich. Also das da ist ein Strich, das da ist kein Strich. Okay. Alles klar. Sehen wir uns hier eine Reformation nun? Nö, wir baden. So... Ich muss gleich wieder lesen. Eine Santa Blanca Auszeichnung. Die Sicarius werden sie vermissen. Entschuldigung. So... Da ist doch was. Krass. Die haben... Von da drüben... Bis hier rein geschossen. Nee, da durch haben die nicht geschossen. Äh, warte mal. Hä? Wieso habe ich jetzt sowas? Nein, warte, warte, warte. Ich will doch nicht sowas. Äh... Die da hatte ich, ne? Ja. Genau, mit 30 Schuss. Genau. So. Äh, jetzt wieder zurück. Zum Heli. Ja, gut. Da fliege ich halt. Bin drauf. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Das sehe ich erstmal. Da sind alle dran. Geht's irgendwie rauf? Nee, ich glaub nicht. Geht's irgendwie rauf? Nee, glaub nicht. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Gringos! Er wird das Feuer auf diese Arche. Metanle in la verga a todos esos buntos. Bartenlos! Die Zeros. Nein! Wo ist der hier? Tun wir jetzt was oder genießen wir die Aussichten? Na los! Sauber! So. Das Loch im Funknetz des Kartells gibt den Rebellen Grund mutiger zu werden. Ja. Das wird mal öfters sein, jetzt umschauen. Okay, sonst gibt's hier klar nicht nix. Okay. Gut. Das war das eine. Und jetzt bitte... Ja, jetzt, jetzt würde ich sagen... Würde ich sagen... Machen wir... Das da. Der ist ja gleich da. Und danach... Ich bin der Pilot. Na, die andere kommt dann. Hubschrauber. Weil sowas ist. Richtig. Der Versorgungs-Truck haut ab. Wir haben sie aufgescheucht. Wir brauchen die Ladung. Nicht den Wagen schrotten. Wir brauchen die Ladung. Nicht den Wagen schrotten. Pass doch auf. Wir brauchen das, was da drinnen ist. Das Porto wurde zerstört. Der Leutnant entkommt. Bereit? Feuer! 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 Verstanden. Eröffne Feuer. Warte mal. Warte mal. Diese Waffe ist halt einfach... Nur... Nur Monster. Truck mit Treibstoff. Holen wir ihn uns. Jetzt haben wir einen abholbereiten Treibstoff-Truck. ist doch ein schönes Geschenk für die Rebellen. Ich habe ihn nur ein bisschen zu oft getroffen. Ehrlich gesagt. So. Ich wette, ein Wheelie hast du nicht drauf. Ach komm, noch 50. Eieieiei. 10k. Was kostet denn... hier... hier... Krachmacher. Ah hier, das da. Kein Schmerz. Für 3. hier. Aber diese Waffe... diese Gatlinge ist einfach nur... grandioso. Die Uni Dutt hat einen Rebellen-Truck voller Medikamente konfisziert. Holen sie ihn für Gataris Leute zurück. Da sind die Medikamente in den richtigen Händen. Das war... Das war... vor allem der Sound von der Gatlinge. Das war... vor allem der Sound von der Gatlinge. Das check ich noch nicht. Wann... machen sie die... Wann machen sie die... Leuchtraketen? Und warum? Ich lande mal hier, bisschen abseits. Das würde der uns... Ja ok. Der sieht ihn nicht. Aber es ist so... krass wie... äh... wenig die... checken. Ich sehe noch einen Tango. Scharfschütze im Turm. Ich sehe das Paket. Holen wir sonst. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da ist die Möse. Ich sehe einen Soldaten. Oben auf dem Truck. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da ist noch einer. Mach 10. Da können wir es wahrscheinlich auch einen. Ich sehe einen Unidat Soldaten. Neben dem Truck. Ich sehe einen Unidat Soldaten. Neben dem Truck. Ich bin blockiert. Ich habe das Ziel. Nummer 3. Sekunde, geh in Position. Auf dein Zeichen, Boss. Tango ist tot. So, jetzt ist die Frage, ob der Schuss gesehen wurde. Ich glaube nicht. Hey, ein Unidat Soldat. Drüben am Geschütz. Hm. Ich sah denuten. Unidat Soldaten auf dem. Auf Wiedersehen. Chau für Chrysler. Koch für boughten Siegien Service für Auto zu meinem